Ja, Mr. White! Oh! wir haben wir nicht nachgesehen wenn auch wo dieses ding zum warm machen so so der sucher bot ist doch da kommt doch immer zu bänden okay die habe ich noch nicht abgegradet ja ich kann die freischalten zusätzliche ressourcen benötigt okay schaden hinzufügen okay ich blick dieses system da zwar immer noch nicht ganz aber na gut egal ähm was haben wir denn hier alles was soll ich denn damit machen ach ich soll den aufzug wieder zusammenbauen oder was okay und was ist der aufzug alter what the fuck was war das man so wo soll es jetzt hin daran oder was ne das war schon hier an es ist dran wo ist es hin ich glaube ich habe es rangemacht okay gut dann müssen wir jetzt noch den rest holen okay heißt es sagen wir müssen jetzt hier den aufzug zusammenbauen und dann runter in keller gehen wird das da auch durchreichen ja ups so geht doch dann gehen wir hier weiter und dann schauen wir doch mal ob das jetzt dann jetzt dann hier funktioniert die munition nehmen natürlich gerne mit hier sind jetzt die zwei rächer die jetzt da ran müssen ich weiß gott wie das ding dann da dann passen soll ich habe den aufzug deaktiviert um sie dort unten einzusperren möge Gott ihrer Seelen gnädig sein Ahh Ah wo seid denn Irgendwie hier Irgendjemand da also Hallo Hallo? Ja? Komm. Komm. Komm, wo bist du? Schatzi? Bist du hier gerade weggeahnt? Alter, schock mich nicht. Na? Muss ich überhaupt lang? Ich hab kein Ziel. Ich muss einfach nur suchen. Dann geh ich erstmal da lang. Ach, da geht's gar nicht lang. Okay. Kompakter Standard. Irgendwas hab ich gefunden. Okay. Na gut. Ich brauch einen Anzug für den Typen da. Oh mein Gott. Alter, das ist ziemlich unübersichtlich so hier. Ja, da sind sie. Alter. Alter. Alter, das ist übös. Ey, ganz oft eh drücken. Ey, ey, ey. Ich möchte noch eh drücken. Hallo? Alter, wie viele von denen bitte. sind das? Wachen die immer wieder auf, oder was? Oh! Alter, oh mein Gott. Das war gerade schon hardcore. So. Gut. Okay, wir nehmen hier natürlich wieder alles mit. Können wir bestimmt irgendwann gebrauchen. Wo sind diese Anzüge? Und wie viel von denen gibt es denn noch? Von den anderen Leuten. Okay, wir gehen erstmal weiter. Okay, hier ist keiner mehr. So, nochmal alles mit. Und öffnen. Alter, wo kommt der denn jetzt her? Alter, oh mein Gott. So. Alter, da sind noch welche hinter mir. Alter, die wachen wieder auf. Ich sag's ja. Oh nee, da kommt immer wieder neue. Alter, die kommen von oben einfach runtergesprungen. Naja, die kommen zum Schacht da. Oh mein Gott, ich bin fast doof, ne? Immer wenn man denkt, jetzt ist es vorbei. Alter. Oh, komm. Alter. Schau mir, das ist so krass. Du schaffst gleich ins Vieh, ne? Aha. Okay. Okay, da geht's schon mal weiter. Mal schauen, was wir noch haben. Wir haben eine Platine plus zwei Schaden gefunden. Okay, wir gehen erstmal weiter durch diese Tür. Oh mein Gott. Hallo? Da war was. Okay. Artefakt entdeckt. Aha. Ich habe ein Artefakt entdeckt. Wow. Oh mein Gott, ey. Wieso sind jetzt nicht die Anzüge? Was labert der denn? Hier sind noch Anzüge. Aber es sind keine Anzüge da. Okay. Wir haben ein bisschen Munition. Alter, wie groß das hier ist. Das hat man nicht gedacht. Ich trau kurz nochmal was. Okay. Okay, und... Ich brauche jetzt irgendwie einen Anzug für den Kerl. So, dafür klettern wir dann erst einmal hier herunter. So, was haben wir hier denn? Keine Energie. Okay. Ach so, es müssen... Es sind immer die gleichen aneinander, glaube ich, ne? Hallo? Und hier dann der da. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es kommt da zu uns. Okay. Okay.